So ein Teil drauf hier, weißt du, dass es wegfiegt. So, jetzt machen wir mal die... Wir gucken erst mal drunter, was da ist. Guck mal, oh ja, guck mal da. Guck mal da, da scheint... Aber, ne, ist nichts drin, ne? Ne, ist nichts drin. Nix drin, nix drin. Nix drin, nix drin, nix drin ist hier. Auch nix drin. Also da scheint nichts... Hier... Auch nix drin, ne? Die meinen es nicht wirklich. Ne, das war anders. So, genau. Jetzt, äh... Ist das schwer? Nein, äh... Ja, nicht leicht. Nicht leicht, ne? Das ist ein bisschen ein etwas zivileres Volk als die anderen beiden. Und... Oh ja... Gut bestiftet hier, ne? Ja... Viel mehr. Ja, da muss man merken. Ja, da ist noch mehr drin. Ja... Zwei. Zwei. Ziemlich leicht. Ja, da ist nix drin, ne? Das ist geheim, nix. Lass es zur Seite. Ja, kannst ruhig rauslassen. Hier, das ist noch voll und tot. Aber hier, guck, an der Seite, da haben die gebaut Thronenbrot. Aber die können wir ihnen erstmal lassen, die ist noch nicht verdeckelt, ne? Ja. Ja. Aber das ist... Wir haben irgendwie... Haben sie keine Lust? Oh, hier. Das ist viel. Also, das heißt schon, wir müssen... Am besten nehmen wir den mit hoch, damit wir nicht wieder bis runter müssen, um dann die Thronenbrot zu kommen. Und in einer Woche müssen wir die Thronenbrot ausschneiden. Vielleicht sogar die ganze Wabe rausnehmen. Die ist schon alt, die Wabe, und dann können wir die ganz rausnehmen. Nächste Woche. Nächste Woche, ne? Nehmen sie hoch. Wir nehmen eine andere Wabe dann ein. Vielleicht sogar... In... Wir können... Wir nehmen die in den zweiten Brutraum rein, hier. Und nehmen gleich von dem zweiten Brutraum eine runter. Weißt du? Das ist der... Das ist der Brutraum. Das ist der Brutraum. Ja. Hier, der Brutraum ist hier. Vielleicht ist das hier leer. Ja, guck mal. Achso, das ist der Drohnenrahmen. Hm. Das ist kein Drohnenrahmen. Das ist ein... Das ist ein... Das ist ein Ausgebauter. Wir können den heruntersetzen. Wir können den heruntersetzen. Wir können den heruntersetzen. Aber guck mal, die... Die sehen ein Großhör aus hier. Die wollen hier Drohnen bauen. Ja, die wollen Drohnen bauen. Mhm. Und wenn wir das hier reinstecken, dann sind... Wir haben zwei Drohnen, macht ja nichts. Aber wir... Guck mal. Eine alte Wabe. Auch viel Drohnen. Viel Drohnen. Guck mal. Eieiei. Ja, die ganze. Die... Die können wir auch wegnehmen. Okay. Und nehmen wir die zusammen weg. Uh. Na ja. Was machen wir die alle? Soll ich die hier rein tun dann? Ja. Ja, ja. Mach die da mal rein. Oh, super. Gut. 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 So. Jetzt brauchen wir einen Raben. Zwei Stück. Jetzt brauchen wir einen Raben für... Lea? Ja. Ja, ja. Und was mit die? Das können wir vorher nehmen. Das können wir nehmen. Und hier haben wir ja auch noch eine. Ja, das machen wir noch mal. Alle Zeit brauchen wir. Die? Ja. Jetzt kannst du hier noch mal weiter gucken. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, ja. Du wirst die ersten vier noch gucken, ne? Oh, viel Brot. Ja. Viel, viel. Wie viele sind die jetzt? Vier? Ja, fünf. Ja, eins, zwei, drei. Drei sind's. Drei. Drei. Vier, vier, oh. Ja, das ist vier, ne? Ja. Ja. Vier, ne? Wenn ihr nichts sehen. Oh. Guck mal. Eine Tanztier. Ja, die Tanztier. Die Tanztier. Ja, die Tanztier. Ja, die Tanztier. Ja, ja, die Tanztier. Das ist die vierte jetzt. Was ist denn hier los? Die Put bleibt alles. Guck mal was da oben los ist in den Kästen. Reingucken? Ja, reingucken. Ist leer. Ja, ok. Gut, prima. Und der andere bleibt noch drin. Aber das ist auslaufende Brot. Hier ist noch ein bisschen Brot. Ich sehe Pollen nur. Ja, hier ist Brot noch. Das ist Brot? Ja, das ist Brot da. Das ist ja nicht viel. Und die andere Seite ist gar nichts. Und jetzt Honig weg. Ja. Lass mal drin. Mal bauen wir mal einen Honigraum hier. Sieht das gut aus? Die Honigraum war... Das ist ja nicht schlimm. Den haben wir jetzt nicht. Das ist ja nicht schlimm. Den zweiten Brotraum bauen. Den zweiten Brotraum? Den zweiten Brotraum. Ja, ja. Ich meine, aber... Ob der Honigraum da reinkommt? Wie meinst du, dass der Honigraum reinkommt? Bauen wir mal einen zweiten Honigraum? Nein, nein, nein. Das haben wir ja am Anfang gleich gesehen. Dass da noch Luft ist. Oh. Was machen wir mit dem? Die müssen wir aus... Die wird ausge... Hängen wir in den Baum. Können die Vögel holen. Das ist ein Baum. Hier. Ja, ja. Ich hatte einen früheren Alpen. Ja, ja. Ich hatte einen früheren Alpen. Okay. Ja, ist gut. Gut. So. Dann gucken wir mal hier, was hier los ist. Jetzt die... Das hier. Hier. Ganz schön. Die? Wir haben doch nicht durchgeguckt. Nein, wir haben nur mal von Gründen geguckt. Aber wir haben doch nicht durchgeguckt. Das sind die alles genauer. Aber einfach mal so ein paar. Wo du guckst hier, was ist hier los? Wo du guckst hier, was ist hier los? Viele Drohnen. Ja. 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 Dann haben wir wieder das Teil. Da haben wir doch... Nein, die haben wir reingestellt. Die haben wir von unten hoch reingestellt. Die haben wir reingestellt. Soll ich es rauslassen? Lass mal draußen. Ja. 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 Ich guck von dieser Seite. Ja. Die alle trinken von hier. Ich bin mir sicher, es wird doch nicht warm. Es sieht so süß aus. Ständig trinken. Wie ein Kamel. Oh. Sehr schwer. Das ist der Futter. Sehr, sehr schwer. Ja. Hier ist die Königin. Siehst du dich? Ja. 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 Das ist die, du am letzten... Wie hab ich dir... Als du dabei warst, haben wir die gemeinsam gezeigt. Genau. Ist die Gräber auch dabei. Genau. So. Oh. Das ist ein schöner ausgebauter Rahmen. Auch Honig. So liegt hier mit leeren Taschen. Oh, gut. Ja, das passt. Ja, das ist früher, genau. Ja, ja, ja. Ganz wenig Brut hier oben. Ja, ja, ja. Ganz wenig. Ja, aber die eine war jetzt voll. Welche? Das ist so schwer für Brot. Ah, wow, okay. Ja, gut. Oh, okay, ja. Aber es ist nur eine. Ja, aber hier ist auch noch eine. Eins, zwei, drei. Die in die Mitte hat kaum. Oder habe ich falsch gesehen? Ja, kaum, okay, kaum. Da steht nicht. Das heißt, der neue Stift ist schon kaum. Wenn du das siehst, oder? Erstmal nichts, ne? Ja. Aber dafür hat die hier eine ganze Menge Brut. Okay, gut. Und die hier auch. Okay, super. Soll ich die hier in die Mitte lassen? Ja, dann muss ich wieder rein werden. Ja, das soll ich bei der Außenlöffel hier aus. Die muss neu bestiftet werden. Okay, das ist nicht schlimm, ja. Jetzt können wir wieder drauf machen. Eine fehlt noch. Die hier. Genau. Das ist die, die wollten wir. Oh. Ja, da dritte. Ja, die dritte von der Seite. Das war vor. So. Gut. Also hier können wir doch noch ein bisschen länger warten, bis da ein zweiter Honig rauchen. Okay. Könntest du die? Ja, okay. Du merkst ja selber, dass der noch nicht so schwer ist, ne? Wie der andere Honigraum. Das ist schon ganz gut, aber... So. Gut. Hier. Hier. Okay. Okay. So. Dann kannst du die Deckel drauf machen. So. Dann kannst du die Deckel drauf machen. So. So. Den dann. Aber jetzt gucken wir erstmal weiter. Gucken wir mal. Also hier ist keine Brut. Guck mal den hier. Ja, da drin ist. Entschuldigung. Die Fracht. Ja, Entschuldigung. Oh, es ist schwer mit Honig. Ja, 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 dann ist es schlecht. Nicht so schwer. Nicht die Seite. Es ist hier. Diese Seite ist fast... Ja. Das ist aber schon normal. Ähm. Manfred, ich hab was gesehen. Das ist frische Brut, oder? Ja, guck mal hier. Diese eine Biene hat eine ganz lustige Teil hinter ihr Po. Da. Guck mal. Da. Achso. Ja, die ist kaputt. Die ist der Stachel. Die hat irgendwie gestochen. Und die geht kaputt. Oh. Ja, die hat eine Brülle da hinten dran. Andere Seite mal gucken. Ne, ist die ja nicht? Ne, gut. Mach's wieder rein. Guck mal hier. Also hier ist auch noch ein Blut drin. Guck mal. 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 Welche Seite war jetzt hier? Weißt du das? Äääh. Das war… Bonner. Genau. Guck mal. 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 Guck mal da runter. Viel Boden. Das ist ein sehr beschäftiger König. Ob wir die finden, das ist eine Frage. Die nächste? Ja, das war schon die vierte. Die vierte Brutfarbe. Das hängt auch wieder runter. Uff, hier unten. Oh. Ja gut, das ist jetzt... Ist das... Sind sie für einen Ableger? Nein, nein. Das ist ein Überbau. Ist das die Königin? Da? Nein, das ist ein Bruder. So. Was finden dann Königin? Andere Seite einmal bitte. Hm. Wir wissen ja, dass eine drin ist, ne? Nur wo sie... So, okay. Das ist die fünfte Bruder. Jetzt haben wir... So. Den Leerrahmen hast du schon für die... Das ist schon sehr viel... Das ist schon sehr viel... Da kannst du hier rein... Hier rein schauen. So. Wir machen das mal rein. Hast du die hier? Die war jetzt... Das war hier. Ja, genau. Hup. Also das sind sehr viele. Da könnte man schon was wegnehmen für einen Ableger, ne? Mhm, mhm. So. Ich müsste... Ich da müsste... Äh... Wir müssen ja noch eine Leerrahmen reinmachen jetzt, ne? Das ist jetzt... Das ist neun drin. Eins, zwei, drei... Du warst an der dritten Stelle, wolltest du es machen. Dritte Position. Ähm... Gebaut, oder? Nein, den Leerrahmen. Also den hier. Mittel... Oh. Den Leerrahmen. Also den... Den Drohnen. Den Drohnenrahmen. So. So, also... Die haben viel Brot, ne? Mhm. So, jetzt kann der... Da drüben drauf... Und wir gucken mal... Können wir erst mal von innen gucken, ob die irgendwelche Weise... Ich kann ihn sehen. Genau. Guck mal. Guck mal. Ne, ich seh keine. Ich seh keine. Ne. Aber schwer ist der, ne? Ja. Sehr schwer. Jetzt muss man da mal gucken, ob man da... Was rausnehmen, an die... 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 An die So, fangen wir an. 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 Das ist ja das Geld, das sind von diesem Herd, die Königin. Oh! Ist noch drauf, ist noch drauf. Nein, ist nicht drauf. Ich geh mal. Tschüss. Gut schon. So. Das ist zu viel. Das Mist ist, er muss abstreiten, er muss es hinstellen, damit es nicht zu viel ausläuft. Da muss man gucken, wo ist das Plätzchen. Das Plätzchen ist jetzt weg. Da! Ja, das ist gut. Oh, jetzt ist es auf ihr Kopf. Das muss man es nicht machen. Wo ist das Plätzchen jetzt? Hier ist es gut. Oder? Da ist es. Ah, ok. Jetzt vorne anfangen. Ich mach jetzt was anderes. Ich mach jetzt was anderes. Das müssen wir zu tun. Ich sollte die bedecken, oder? Ich komme bald wieder. Aber frische Luft ist auch schön. Ich mach jetzt mal wieder. Ich mach jetzt mal wieder. Jetzt stinkt sie. Nein, stinkt nicht. Ich hab extra, du hast vollkommen recht. Ich hab extra einen Klebstoff gekauft. Er hat mir die Hand geholfen. Der nicht riecht. Damit die Königin nicht abgestoßen wird. Das ist ein nicht riechender Klebstoff. Ganz wichtig. Wahnsinn. Du siehst, das ist ein bisschen tricky. Jiiiihihi. Und das, das ist dein, das tausenden von Königinnen. So, jetzt machen wir da rein. Jetzt machen wir da rein. Wie viele hast du schon mal gezählt? Ich war, ich habe gehalten, aber die sind voll. Die drei ich hier geguckt habe, die sind wirklich voll. Alle. Eins, zwei, drei. Okay. Ich würde schon mit was ich gesehen habe. Aber ich bin, ich kenne die... Da oben fahren wir auch sechs drauf. Das ist zu viel. Das ist schön. Wir brauchen noch Land. Wir haben hier einen großen Drohnenbereich auch hier. Ja, danke. Achso. Das soll nicht sein. Den können wir ausschneiden. Schüttel ab und dann schneiden wir raus. Gänse aufschneiden. Ja. Aber es ist auch wieder sehr tard. Ja. Das ist kein Problem. Ja, gut. Ja. 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 So, also wenn, ja gut, jetzt können wir jetzt noch eine volle Wafe kriegen mit frischen Eiern. So, also wenn, ja gut. So, also wenn, ja gut. So, lass uns mal gucken, ob wir uns beeilen und eine Wafe finden, die... Wieder rein. Nein, nicht rein. Oh. So, also hier sind Lagen drin. So, also hier sind Lagen drin. So, also hier sind Lagen drin.